Yo, hi! Zurück zu Tomb Raider. Ich stehe jetzt hier, glaube ich, beim dritten Turm. Ja, und wir müssen da rüber. Da kann man einfach rüberjummen, oder? Und mal gucken, wie wir da reinkommen. Achso, müssen wir wegsprengen. Diesmal gehen wir ein bisschen weiter weg. Jetzt haben wir uns ja selber weggesprengt. So, mal gucken. Wir haben eine Feuerwehr, das ist nicht gut. Wir brauchen Explosionen, haben wir aber nicht. Ja, stellen wir vielleicht mal einen mehr. Okay. Auf die Tür. Zack, und rein. Ja. Zählen. Die Leitung für das Wasserfiltersystem neu anschließen. Wenn nicht, dann... Lara, stopp! Was immer du tust, mach nicht, was ich gerade gesagt habe. Das sind 50 Jahre alte technische Dokumente ab Russisch, Nadja. Du machst das gut. Tief einatmen. Nur die richtige Seite finden. Okay, okay. Alles klar. Bereit? Von Anfang an. Wir suchen einen großen, versiegelten Behälter. Wenn du ihn öffnest, müsstest du Gas und mehrere Lämpchen sehen. Sind die alle aus? Wenn ja, müssen wir den roten Generator für das Treibstoffpumpsystem einschalten. Wenn nicht, müssen wir nachsehen, ob die Leitung zum Wasserfiltersystem angeschlossen sind. Alle Lämpchen. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Gasbehälter wie beim letzten Mal. Wo auch immer das sein mag. Ich glaube, du musst jetzt erstmal rum. Hä? 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 Ich dachte, der will tut sein. Okay. Ich geh mal rauf. Oh. Geh mal rauf. Das ist die andere Hälter. Da drücken kann man weiter. Ich lad mal quer durch. Das ist der Name, der Behälter. Und alle Lämpchen läuft. So, über die Anweisung. Der Lichter alle aus. Nee, sind sie nicht. Senken sie die blaue Leitung. Also blaue Leitung senden. Wo immer die blaue Leitung ist. Erstmal braucht er hier was auf die Macke. Tut mir immer in der Seele weh, aber... Geht halt wieder raus. Bleib hier. Okay. So, blaue Leitung. Ich denke mal die ist weiter oben. Da ist grün. Da ist blau, oder? Oh ne. Er hier. Oh. Ich hatte jetzt gerade gedacht... Opsi. Auf Tune. So. Die werfen mit Zeit um sich. So. Blaue Leitung. Wie komme ich da jetzt hin? Blaue Leitung. Na, das ist die gelbe. Ups. Wahrscheinlich wird es ähnlich mit der blauen gehen. Jetzt mal rauf gucken. Ich habe die blaue Leitung noch mal nicht gefunden. Okay. Also wie gesagt, hier sind die Rohre. Komm, da kann ich sie auch noch mal mitnehmen. Und der Tune kommt mir hinterher. Das mir überhaupt gar nicht gefällt. Das ist irgendwie kaputt. Okay. Mann. Was für ne Nervensäge. Oh. Mann. Wo kommen die denn alle her? Aus dem Loch daraus gekrabbelt, oder was? Mann. Junge, Junge. So. Jetzt aber bitte die blaue Leitung senken. Also. Hier sind die ganze Rohre. Was ist das? Kann man da hochjumpen? Zack. Zack. Ah. Geil. Okay. So. Da sieht alles rot. Und drüben ist blau. Okay. Muss ich rüberjumpen? Oder von dieser Seite her? Ne. Ich komme hier rüber. Schaka. Ne. Sorry. Geh dann drauf. Das war gut. Wer hier hin? Aber wo ist die blaue Leitung? Hm. Blaue Leitung senken, ne? Oder was stand da? Ja. Aha. Was ist hier? Das ist der blaue Schalter. Wo ist die blaue Leitung? Da drüben ist grün. Ja. Ja komm ey. Wo ist denn bitte die blaue Leitung? Wo ist denn bitte die blaue Leitung? Schau mal diese ganz unten. Hm. Ich hab mich hier die ganze Zeit immer verarschen lassen. Weil blaue Leitung seh ich hier immer nicht. Ah hier. Moment. Da. Sehr gut. Ah. Ich habe mir kommen. Sorry. Das war noch nicht so richtig gut. Aber. Hier sind wir richtig. Hier komme ich da ran. Hier rüber. Yes. Ich hab's. Aber hier ist noch ein weiterer Schritt. Das Ding hier braucht noch etwas mehr. Lass mich den zweiten Schritt finden. Okay. Hier. Okay. Zieh mal in die drei Verteilerkäse. Du müsstest mehrere rote Sicherungen nehmen. Ist es eine gerade andere? Wenn ja, dann such den Ebel für das biologische Katalysator-System. Es müsste grün sein. An dem musst du ziehen. Wenn nicht, dann müssen wir den grünen Generator für das biologische Katalysator-System starten. Okay. Die Gesamtzahl der roten Sicherungen in den drei Verteilerkästen. Okay. Was ist ein Verteilerkästen? Shit. Shit. Bist du ein Verteilerkästen? Nein. Oh man. Ey. Die Sicherung in den Verteilerkästen. Ich geh nochmal rauf, weil... Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was ein Verteilerkästen ist. Sorry. Bist du ein Verteilerkästen? So. Ich denke mal, es ist dann vielleicht unten, ne? Sicherung in den drei Verteilerkästen. Wenn wir mal mit Zombie-Mählen. Sicherung in den drei Verteilerkästen. Also nochmal kurz gucken, ne? Ist die Gesamtzahl der roten Sicherungen in den drei Verteilerkästen, wenn du ein Verteilerkästen bist? Also wenn das Sicherungen sind, dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, ne? Hier haben wir nochmal 5, das sind 10. Und hier haben wir auch nochmal 5, oder? 3, 4, 5, genau. Das sind 15, das ist erstmal ungerade. Und jetzt nochmal gucken. Die Gesamtzahl holen sich in den Verteilerkästen gerade. Nur ist sie nicht. Wenn nicht, starten sie den grünen Generator des biologischen Katalysator-Systems. Okay. So, da oben ist sehr viel grün. So. Was immer der Generator ist, ne? Also ich sag mal, das ist nicht der Generator. Wow, geil. Das hab ich mal nicht gesehen. Ah! Gegen den Falten ist irgendwie so gut. So, also hier sind wir für jede Menge grün. Sieht schon mal nicht so schlecht aus, aber nicht der Generator. So. Hier kann man nichts machen, das sind ganz normale Probleme. Ja. Generator würde ich jetzt wirklich sagen, das ist sowas mit dem Ventil, ne? Boah. Das ist krass. Oh, jetzt scheint aufzukriegen. Ach, Mann. Der grüner Generator. Das ist der Generator, ne? Aber grüner Generator sieht mir sehr giftig aus. Oh nein. Boah, die müssen jetzt erstmal loswerden. Das nervt. Novi. Novi. Oh, okay. Vergehen. Weg. Aber der andere Typ, der nervt ja immer. Ah, endlich. So. Ah, grüner Generator. Also. Ich geh jetzt mal davon... Doch mal, was sollen wir? Das kann doch nicht sein. Wenn nicht, starten sie den grünen Generator des biologischen Katalysatorsystems. Das biologische Katalysatorsystem sieht für mich doch aber irgendwie ein bisschen anders aus. Okay, wir sagen halt auch mal grüner Generator. Und das hier ist der grüne Generator, oder? Noch einer deaktiviert, Nadia. Was jetzt? Der letzte, Lara. Wir sind fast fertig. Bist du bereit? Hier ist besser. Wir suchen nach einer Fliege als Logo. Vermutlich. Kuga. Glaube ich. Rot-Weiß-Blau. Schau mal, ob du sie findest. Wenn ja, dann such den Hebel für das Wasserfiltersystem. Und zieh da ran. Wenn nicht, dann schieß die grünen Leitungen für das biologische Katalysatorsystem an. Okay. Äh, hi Leute. So, das ist keine Kuga-Krabbing. Das ist ja wohl irgendwie Ja-Fahn-Ros. Okay, also. Wenn nicht, dann sind die grüne Leitungen des biologischen Katalysators. Okay, grüne Leitungen. Wo ist sie? Die war ja dann hier oben. Da oben. Da oben. Da ist die grüne Leitungen. Wie komm ich da ran? Da oben. Ähm. Keine Ahnung. Die grüne Leitungen. Von da drüben. Die grüne Leitungen. Von da drüben. Naja. Jetzt schafft. Alle Turme sind deaktiviert. Der Druck ist viel zu hoch für den zentralen Gier. Die Sicherheitsentwähmung wird versagen, wenn wir nicht das ganze Gebäude zerstören können. Du musst da rein kommen. Es gibt nicht anders. Aber natürlich. So. Das zentrale Gebäude zerstören. Schauen wir mal. Der Druck ist vielleicht zu hoch. Verstehe ich. So, wir können aber hier hochkrabbeln und scheinbar uns da drüben rantschießen. Oder? Okay. Das Toxin ist im zentralen Gebäude konzentriert. Die Annehmung wird versagen. Der Köln wird auseinanderbrechen. Sabotiere die Maschinen vom Innen. Das wird eine katastrophale Explosion bewirken. Das Feuer wird den Rest des Toxins neutralisieren. Wir haben nur ein Versuch, Lara. Verstöre die Kolbenstangen im Inneren und dampf der Brille, bevor alles explodiert. Mach dich lieber, Bart. Wir werden da dann klarer. Nur immer der Seinab, okay. Ich dachte, wir werden da ablaufen. Verstehe. Wir haben noch ein Versuch. Okay. Jetzt müssen wir noch fighten. So, ein Versuch. Oh Mann, tausend Zombies. Da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Alter, ich taut doch ab. So cool, okay. Ja, ich habe gar keine Ahnung, wo die alle sind. Okay, das war Nummer 1. Nummer 1 ist da drüben, ne? Also, einmal durchlaufen. Da bin ich da so ran gesprungen. Ja, so einfach nicht mehr. Okay, wo ist es jetzt? Hier irgendwo? Ganz woanders. Oh, komm. Ah, komm. Klar, da, komm. Ah, komm. Also, Gaspumpen. Ich muss diese Kolben zerstören. Oh, 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 ich muss diese Kolben zerstören. Ok, Folgen zerstören. Aber drüben drin. Hier? Ok, kein Papier. Was ist das bitte? Er kann ja einmal rumrennen, ne? Und dann ist der drüben wieder so ein Ding. Ok. Aber, was ist denn da ein Kunden? Was will ich zerstören? Wie zerstört denn? Ist das unter mir, oder? Ja, es ist unter mir, oder? Ich hab's jetzt noch nicht so richtig gesagt. Ist so mal kaputt, ein kleiner Dreckszong. Wie Mann, mein Mann. So, also, es ist hier unten, oder? Hier? Ne, hier, ist okay. Also. Hier oben muss irgendetwas zerstört werden. Aber was? Ist es noch nicht gefunden, ne? Also, ich lauf mal zu einem anderen Kornblatt. Die sind jetzt ein bisschen überfotikoliert hier drüben. So. Ich kann hier aber weniger irgendetwas x-en, oder so. Oh. Sonst gibt's schon wieder Alkohol. Also, ich lauf noch mal ne Runde. Linkser Kolben. Ja, ja, dann hier. So. Du musst die Maschine in die Aktivierung, wenn von dort verschwindet. Ja, ist ja gut. Aber ich seh hier nix, was ich vielleicht irgendwie anschießen, kaputt machen. Dass ich so das kann. Bist du ein Kolben? Ja. Ja. Diese Kolben musst du zerstören. Alles klar. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Okay. Okay. So. Nächste Kolben. Bis da oben. Okay. Dann verstehe ich's jetzt. Oh. Okay. Es bin hier aber zu heiß, deswegen glaub ich mal ein weiter. So. Oh. So, ich lauf nochmal ne Runde. Also, das ist kaputt. Bösperrennend ist kaputt. Das war auch schon mal gut zu wissen. Also, das geht jetzt hier hoch. Jetzt kommen wir nicht drum herum, die paar von den blöden Zombies zu chillen, ne? Eins. Scheiße. Ah, er schon wieder. Ne, irgendwie. So, hier. So, ok, mal gucken. Und bohran. Oh! Abhauen. Wo sind wir noch? Da sind wir schon gelohnt. Und da oben. Und er steht dann natürlich rum. Wir laufen in die andere Richtung. Aber besser. Und er ist aufgestanden. Und dann hau doch ab, die kleinen, miesen Zombies. Und er ist aufgestanden. Und er ist aufgestanden. Zwei Stunden lang laufen. Mann, ey, die kommen überall aus den Löchern. Geht gar nicht. Hau doch, hab Schmeiß auf einer Bombe, du Vogel. So, wie sieht's noch ganz gut aus. Hier sind alle Requeros. Da oben ist eine. Okay. Fast geschafft! Okay. Westland auch. Jetzt gibt's nur noch da drüben. Da drüben? Dann. Ah, da. Der letzte. Okay, alles ready. Okay, ready. Und raus. Haut ab. Wie ein Fögel. Ah. Alter Verwalter. Puh. Das... war... unglaublich. Ja, das war's. Du hast es geschafft, Lara. Du hast uns gerettet. Du... du hast alle gerettet. Du hast es�를, Sandra. Du hast du sicher hier, Aber GPS motor waren entsp annoyed, Du hasten zu proven, immeroli. Du hast sie chacun aus dem Ding Jerusalem. Welchen Eis Re organisation. Ich wissen sie linkprincherНА��cke, deine Shake優ö... habe ich micharerst. Das war's für souvenir. Okay, ich weiß nicht, ob das schon alles war, aber so schocki war das jetzt nicht. Ja, mehr dann beim nächsten Mal, okay? Also bis dann, ciao!